Hallo, mein Name ist Mirja, ich gehöre zu der Gruppe Chaos of Hope und wir fahren jetzt im Dezember nach Lesbos, eine griechische Insel kurz vor der Türkei, weil da viele Menschen festhängen, die gerade aus einem alten Leben versuchen zu fliehen, aus ganz vielen verschiedenen plausiblen Gründen und jetzt gerade im Winter kommt zusätzlich zu der Perspektivlosigkeit dort festzuhängen, zu der Hoffnungslosigkeit, zu den ganzen Bildern, die die Menschen im Kopf haben von Krieg oder Armut oder was auch immer, kommt die Kälte und der Hunger hinzu, weil die Versorgung in den Camps auf Lesbos einfach katastrophal ist. Es gibt nicht genug zu essen, es gibt nicht genug warme Kleidung und ja, wir können von hier aus nicht besonders viel machen, wir können die Politik nicht so schnell ändern, aber was wir machen können, ist da hinreisen und den Leuten ein Stück von ihrer Würde zurückgeben, indem wir mit ihnen sprechen, indem wir zeigen, dass sie nicht vergessen sind, indem wir Essen verteilen, indem wir Kleidung verteilen und wenn du sagst, dass das für dich auch irgendwie wichtig ist, Teil dessen zu sein, dann kannst du uns sehr gerne unterstützen, indem du uns etwas Geld spendest, zum Beispiel bei Litchi oder über PayPal. Wir werden dir einfach sehr dankbar, weil wir vor Ort einfach dann mehr machen können. Wenn dir das ein Wunsch ist, dann überweist uns einfach ein bisschen Geld, wir freuen uns wirklich und ja, aktuelle Informationen findest du immer bei Facebook oder bei uns auf der Seite. Vielen Dank.